Moin Moin, Herzlich Willkommen zurück zu Ark Valgoero mit dem Volnir, Vaida und dem Floki. Hallo, Moin. Ähm, bevor wir hier mit unseren frisch ausgebrüteten Rockdrakes, ähm, der Floki hat natürlich ein 160 Ei gefunden. Was auch sonst? Hehehe, da hände ich mal den Kopf. Ich mach ihn runter. Ne, jetzt ist er runter. So. Ähm, bevor wir gleich noch mal runtergehen und vielleicht auch noch mal ein paar andere gute Eier kriegen, weil ich hab nur in Anführungszeichen Level 100, ähm, hatten wir uns ja gefragt, was ihr mit dem Element Ernst anfangen könnt. Jetzt wissen wir's wieder. Wollt ihr mir kurz folgen? Sehr gerne. Ich steh auf die Rockdrakes. So, warte mal. Was? Hier, da, genau. Da unten. Ohja. Denn die Charge Notes sind jetzt auch mit wieder drin. Und in denen... Wollt ihr auch mal kurz reingucken? Wahrscheinlich, ne? Die wollen nur gucken, ob ihr nichts uns gleich auffrisst. Ne, nein. Hier ist ruhig. Ja. Und in denen, äh, kann man, äh, Element herstellen, ne? Man braucht nicht viel, außer 50 Gas, 15 blaue Edelsteine, 20 Element Erz, 20 grüne Edelsteine, 8 Ladungsspeicher und nochmal für, äh, Power für die Station nochmal 10 rote Edelsteine. Mehr ist es gar nicht. Äh, und, ähm, ich bin mal gespannt, wie viel jetzt rauskommt. Ob es wirklich eins ist, oder ob es, äh, mehr als eins ist. Oh. Ja, gut. Das ist, äh, können wir, erfahrt ihr am Mittwoch. Das dauert ja ein bisschen, wa? Nein, das dauert ein Sekretchen. Nicht so lange, wie die Stäbe aufzuladen. Wobei das ging sch... Ja, stimmt. Das ging schneller. Jetzt hier. Aber Ladungsspeicher sind jetzt weg. Da müsste ich, müsste man neu aufladen wieder. Ja, aber... Ich fürchte, es gibt eins. Dann wäre es natürlich sehr teuer für das, was man hier dann reinstecken muss. Ich meine immer noch besser als 20 mal gegen Bostock campen? Ne, drei. Drei. Oh. Ja. Kann man die Dinger denn, äh, auch da wieder aufladen? Ja. Ähm, ne, die Station ist aus, wie man jetzt sieht. Ja. Offline. Für 5 Minuten und dann 5 Minuten geht's wieder an, muss sich hochladen, dann kannst du die Stäbe wieder aufladen und dann könntest du das nächste herstellen. Okay. Ja, also drei Elemente in einer Stunde wahrscheinlich. Rechne mal schnell aus, wie lange du dann brauchst. Bist du genug für so'n Tink-Tack, äh... Ja. Da gibt's viele Ressourcen, du allein brauchst. Ja, gut. Ja, okay, ne. Fleißarbeit ohne Ende, aber ein bisschen was kriegt man schon. Aber es gibt ja auch mehrere von diesen Charge-Notes. Genau. Eine weitere habe ich schon gefunden. Genau. Man könnte natürlich dann verteilt übers Renser machen. Dann, äh... Ich weiß gar nicht, was kosten die Ladungsstäbe, denn die waren auch ein bisschen teuer. Die kann ich gar nicht hier machen, denn die sind ja in der Werkbank. Kostet auch ein bisschen was, acht Stück halt. Aber als über das Ding, als wir nur kämpfen, ist halt auch ne Alternative, ne. Da hab ich ja eigentlich alles in meinen Taschen, was ich nicht haben muss. Aber das Element wiegt nix, das ist ja schon mal schön. Jo. Nein. So, dann würde ich sagen zurück. Jo. Und, äh... Ich will 180er. Aber es hat sich gerade ein Basilisk unter mir ausgegraben. Vorsicht da ein bisschen Leute, wenn ihr da langkommt. Und das kann auch ne Ratte gewesen sein. So, Schutzanzug an, nicht vergessen. Äh, ja. Strahlungsanzug werden wir wohl nochmal brauchen, ne. Sind jetzt natürlich noch deutlich schneller unten wahrscheinlich, ne. Wir beide, ja. Ja. Ja, dann macht ihr doch schon mal los. Wir kommen noch. Ja. Wuhu. Warte, wenn ihr da seid. Ja, ja. Alter, Uda. Also das macht schon was. Ja. Okay, ja. Allein dieser Anflug ist es schon wert. Ja. Hm. Ähm. Ist irgendwie, ähm, ein Rockbreak unterirdisch reingebackt. Muss man kurz mal nicht entscheiden, sehe ich gerade, ne. Also ganz so schlagkräftig sind die jetzt noch nicht, ne. Die guten, aber... Es sind zwei Eier in der Wand. Ja. Aber lass uns mal auf die... Stimme-Verstärkung warten. Wollte er beamen, oder? Ja, zu mir könntet er auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall zum Floki. Der hängt gerade an der Decke, ne. Ja, genau. Warte von neben ist angegriffen, malt euch. Bist du rausgetrabbelt, ne? Ja. Also es gibt hier drei Eier. Ähm, oben ist eins und dann sind hier unten zwei. Auf jeden Fall schon mal hier. Naja, da sehe ich schon zwei, ja. Dann, äh, würde ich sagen... Wo willst du hin, Floki? Nimm ruhig das hier unten, gerne. Das ist ganz unten. Na ja, da wo du vorstehst, ne. Ja. Ich bin noch an der Etage tiefer. Ja. Wollen wir erstmal die beiden, oder? Würde ich sagen, ja. Machen wir erstmal die beiden. Ja, nimm ruhig alle beide gleich. Oh, 20. Weißt du? 25, ja. Hast du? Du auch? Ja, ich stehe davor. Okay. 3, 2, 1, meins. Jo. Mich sehen sie nicht. Boah, sehe ich nix. Ich auch nicht. Wir sind gar nicht mehr da. Ach, klasse Zeit. Es ist sie auf. Eins noch. Dann gucken wir uns andere rum ran. Jo. Bin schon da. Ich hoffe, ich flieg jetzt hier nicht runter. Ja, mit dem Absteigen musste man da mal ein bisschen aufpassen. Äh, 85. Was? 85. Oh, naja. Besser als nur 50. Ja, das stimmt. Boah, noch nicht so der Knirner. Vielleicht zum nächsten, mein Gott. Boah, ich muss mich erst mal dran gewöhnen, wenn der klettert, wie er die Scheuerung dann ist. Das ist ganz schwer. Oh, haffnet. Weil er hier haffnet ist. Ich kann mich dran. Es sind schon wieder ein paar. Ja. Hier ist auch ein Ei. Mit einem Rockdrag vor mir. Bist du links hoch, oder? Ja. Äh, rechts jetzt. Rechts, rechts. Achso, rechts, 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 rechts. Also unten ist eins. Ich weiß nicht, ob da oben noch was ist. Aber ich habe einen Rockdrag vor mir. Alter, der ist aber schön grün. Ja. Das stimmt. Den hätte ich gerne zu einem. Ja, der ist mitgeholter jetzt neu. Aber ein Level höher wird. Sogar zwei. Der war nur 95. Mal gucken. Bist du da? Bist du da? Ähm. Unten ist da auch einer dran? Hier ist auch eins. Warte, da gehe ich mal hin. Oh ja. Das ist ein 90er. Naja, es wird ja um, also mehr. Hab ich. Okay. So, hier ist ja wieder noch das Artefakt. Ne? Machen wir das nochmal? Glauben nicht. Wir haben ein paar davon. Oh, da stürzt sich einer rum. Was haben wir noch die andere Seite, ne? Mhm. Dann war es das schon. Jetzt hätte ich deutlich angenehmer hier mit so einem Rockdrag die Eier rauszuholen. Definitiv. Erstmal ein Hass. Das ist nicht direkt in der Wand. Äh, das sieht ganz so gut aus. Ne, hier ist leer. Hier wär noch mal eins drin. Flexion. Und, was Gutes? Ähm, 20. Oh. Ich steck's mal ein. Was willst du machen? Steck's mal ein. Und eventuell auch noch was. Also, ein gutes hätte ich ja noch für irgendjemanden. Ja? Ja, 150 hab ich gefunden. Oh, ja. Nein. Boah. Boah. Der Weg ja jetzt nicht umsonst. Der Höchst bieten, äh, kriegt am meisten. Höchst bieten. Also, das heißt am meisten. Der höchst bieten kriegt das Ei. Hilfe. Aber der soll's noch. Ich hab einen 90er. Und 85er. Auch Dreck. 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 Muss ich mal schnell ein bisschen weg sprinten mit zappen Duster. Ich denke mal, wir müssen wahrscheinlich alle paar Minuten hier runterkommen. Dann findet sich schon mal nach und nach ein gutes Ei. Ich hatte jetzt noch einen Rock, Craig. Der hängt hier an der Wand, glaub ich. Hinter dir kommt noch einer. Und da kommt noch einer an der Floor. Zu zweit kriegen wir den noch weg. Ihr könnt dann ja mal die Wände ein bisschen amsterweiler ausprobieren. 180 war der. Vielleicht im Bereich. Dann hier unten nochmal gucken, ob hier an der Wände noch was ist. Ich glaube da unten ist nichts weiter. Es ist nur in diesem gelben Bereich. Würde ich ganz stark schätzen. Ich glaube da unten ist nichts weiter. Es ist nur in diesem gelben Bereich. Würde ich ganz stark schätzen. Ich bin schon wieder nachgespawnt. Scheint mir so. Ja, scheiße. Ich habe ja auch Kampfmusik gespawnt. Ja, das bin ich hier unten. Achso. Ich habe einen 165er gerade hier unten weg gemacht. Ja, das wo wir gerade geguckt haben, da oben ist es auch schon wieder eins drin. Na ja, dann. Echt? Da war ja gerade keins drin. 25er. Kann ich gleich hier mal. Ich guck mal was es hier gibt. Mal 55. Ja, was soll es? Nehmen wir mit. Da höre ich es auch gleich schon. Kommen wir hier rüber, ihr Stratzt lieber. Mach ich. Wo bist seid ihr denn da? Ja. Na ja. Dann habe ich wohl abgehängt. In der Hälfte sind da schon wieder welche? Hinten sich noch keine wieder. Oh, da kommt noch ein Rockdrag. Hier. Ne. Ich glaube. Jetzt keine mehr. Ich will mal da ganz oben hoch gucken, wo es relativ ist und danach was ist. Ja. Mach mal. Wo ist das? Wo wo? Hier quasi links über dir. Ah ja. Ah ja. Okay. Gucken wir mal mit. Weil du es auf dem Kopf hochkrabbelst. Da musst du echt nochmal dran gewöhnen. Ja. Da bin ich glaube ich schon mal hochgekratzelt. Ich dachte jetzt hier vor uns. Bist du hinter mich? Ja. Hier vor uns an der Wand weißt du? Weil es ja auch so gelb ist. Ja. Aber es sieht mir nicht so aus. Als dann hier noch ein... das nächste wäre. Das ist abgeglitten. Ich sehe nichts außer dem Bauch. Um Rockdrag. Oh ne, hier oben ist nichts weiter. Ich glaube wir haben es erstmal. Oh, dass wir alles leer geräumt haben, was über zwei auf dem Baum war hier. Ja. Tatsächlich nur die drei Stellen, ne? Also wir haben noch nichts anderes gefunden. Oh ja. Spawn. Ja. Das stimmt wohl. Ja. Hier ist auch nichts Neues nachher. Kommt der da oben mal über der Brücke oder was das ist da nochmal? Ja. Hopsen oder sowas. Hier ist schon wieder ein Ei drin. Echt? Guck mal hier oben. Guck mal was hier für uns ist. Wenn wir das die selbe Ecke hier machen. Das ist nichts. Oh, hier ist ne Flora Not. Level 20. Oh ja. Wie ist das kleine Ding da? Oh. Low tail. Wie ist das? Wie? Wie ist das? Kann ich das mit dem Dings einsammeln? Oh. Wir haben ein paar Rockdrags mitgebracht. Vorsicht. Ja schön. Der Kirche. So, wollen wir dann zurück oder wollen wir noch ein bisschen... Da oben ist noch ein Rockdrake, kommt grad runter. Das ist ein bisschen gallig, weil ich so ein Ei geklaut hab. Wahrscheinlich. Hast du aber recht. Geh ich mal von aus. So, ich weiß nicht, wir sollten mal fünf Minuten... Entschuldigung. Raus hier aus dem Gebiet vielleicht am besten, Mama. Ja, mal fünf Minuten raus hier aus dem Gebiet. So, ich weiß nicht, wie es so aussieht. Ja, das leuchtet mal so. Ah, das ist ein Ei. Farschen wir da. Wir backen grad ein bisschen rum. Ja gut, das ist natürlich erstmal ein Ort. Hm, ne? Was hast du denn da? 150er nehm ich nochmal. Oh, da haben wir... Jetzt brauchen wir nur noch eins. Weißt du... Du hast doch einen. Ja, das auch nicht. Du hast doch auch einen. Dann brauchst du ja auch keinen mehr. Sicher keinen. Doch, doch. Kann ich's beweisen. Das war nicht meiner. Hm. Ich glaube schon, dass das deine Waage ist. Hast du übernommen? Reise nicht. Warte, ich geh mal kurz zu dir weg. Ich meine, ob ich dann an die dann... Oh, hier kommen Power Rockwix. Oh, hier kommen Power Rockwix. Ruhig durch, das bin ich. Diese sieht man nicht so im Götter mehr. ist denn hier ganz unten waren wir denn da eigentlich schon mal oder nicht so ganz unten in der ecke jetzt gerade nicht mehr wenn du jetzt hier runter gehst und dann links dann kommst du zu dem see quasi aber hier ist noch nichts weiter ne ne also wie gesagt 160er rock dreck hatte vorhin hier unten um also ist ein roter loot naja dafür lohnt es ist vielleicht ich bin jetzt allein hier gelassen bist du an den see oder wo ja das gleiche was ich schon mal hatte boden 167 und schittin blauer panzer also hier rechts dieser bucht sollte doch eigentlich auch ein nest oder ein ei reinpassen oder kann durchaus sein dass sie auch nester sind das war mal Das waren mal, ich weiß gar nicht, so ein halbes Dutzend Mainless sind da mal mehr gewesen. Da kann Licht mehr dabei, ne? Wo seid ihr denn? Im Eingang quasi zum See da. Keine Ahnung, Licht hab ich noch an. Wo kommen die denn jetzt alle aus hier? Ja, ne, jetzt war's grad ein bisschen aufdränglich hier. Und gut, hier ist nichts weiter, ne? Vielleicht hat's hier mal irgendwas entdeckt. Ne, ne, ich bin jetzt gar nicht am See gewesen, da war nichts weiter. Okay. Ach, hier ist die Party. Und fern halt. Und fern halt. Meinst du, ist schon wieder eins da oder nicht? Weiß nicht. In Hoos wird's nochmal nobel. Ja. Mindestens 150er. Jetzt noch einer. Und ich muss da vielleicht mal ganz raus. Hier ist schon gar nicht einer. Hier ist auch eins. Hier ist auch eins. Hier ist auch eins. Das kann auch einer von euch mal haben, wenn einer will. Ich würde sagen, jeder hat jetzt ein Ei. geht ja gar nicht kaputt hier 165 aus 165 habe ich habe ich ja auch noch ein ständchen steht ja wie ich einfach nur sechs schaden mehr machen wieder nehmen das nicht im licht an hast du nicht so geschaden und hier haben wir alles kommt mal rein ist was gut ist drin der bauplan für einen transmitter und ladungsspeicher warst du schon an der seite eines ist dann noch mal guck mal was das für eines ist dann guck ich noch mal eben rein ich bagge wieder an der todeskante hier glaube ich kann es sein ne die todeskante war ein ticken tiefer dann bin ich ja schwer beruhigt 155 nochmal dann lass uns vom acker machen wir da kommt gerade noch einer runter dass die jungs sich auch ihre oder dass ihr euch eure drakes machen könnt hier ist noch einer zwei drei wir könnten uns auch weg machen jetzt also wir müssen nicht hierbleiben oh hier kommen noch ein paar ich bin schon weg ah hier oben ist auch einer bin ich ich bin weg gelaufen ach so bitte so langsam wird es ein bisschen voll hier also die walkbreaks würde ich auf der anderen seite vom lager parken weil es ist ein bisschen klasse 4 level gibt es noch mal hier 11.000 leben knapp voll und kann schon ganz gut arbeiten ist mehr schaden noch eindrücken ach du lieber war jetzt so muss ich wohl die große runde gehen schön mit meinem helm noch auf hier strahlungshelm hallo rockhatzen warum hat ein rockhatzen noch keiner benannt weiß ich auch nicht ja war nicht rockhatzen dein namen wo der ja kriegen sollte ja ich mach mal das ist aus dem zeug hier raus ist so ätzend ja so die 150er eier sind natürlich im kühlschrank ja ich schlapp ja noch schwer an meinen eiern rum zwei stück habe ich hier noch ein 25er für den basilisten und ein 550er nochmal das 165er gönne ich mir natürlich selber ähm habt ihr jetzt schon genug für jeden draußen liegen oder wie ist ja der status ich habe die beiden 150er wieder reingelegt erstmal also weil ich die gerade ja von mir auch hatte ach so es ist kein platz mehr ne ich würde es schon sagen ach so wenn nicht dann müsst ihr euch die 150er rausholen und dann ausbrüten also 150er habe ich jetzt auch noch in der tasche und dann haben wir nochmal einen ersatz falls irgendwas ist kurz einmal kaputt gespielt hat ich schmeiß mal ein ei schon mal hin immer noch ein ei in der tasche was hier nicht los wäre ich habe schon den fisch ein bisschen rausgenommen müssen wir gleich mal gucken bestimmt auch noch ein paar sachen dabei die wir gar nicht brauchen ja ja mit sicherheit ich schmeiße hier mal den fisch hier mit rein so gut das war noch eine erfolgreiche das ist nicht wirklich 20er 20er ausbrüten möchtest Keine Ahnung. Echt? 25er? Ach, da ist es. Okay, alles klar. Das 25er hatte ich noch in der Tasche. Ich habe das falsche Eingeschmissen. Wir haben jetzt einen 165er und zwei oder drei 150er, ne? Ja. Und davor hatten wir deine 160er ja geholt. Also schon ganz ordentlich. Stimmt. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Jo. Oder wollen wir noch warten, bis es einfertig ist? Ne, ne? Macht ja keinen Unterschied. Also, ist dann nur ein kleiner Drachen. Machen wir erstmal Schluss. Alles klar, so sieht es aus. Ja, es ist auch sehr anstrengend, das sind Drachen. Ganz dahinten so Strahlenschutzklamotten. Ja, das kommt auch nochmal dazu. Wobei der Flug runter war schon wert. Wir sind erstmal vier Liter Wasser rausgelaufen, was wir am Anzug ausgezogen haben. Dass man nur Wasser war. Schön. So, mit diesen Worten. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Juhu. Tschüss. Tschüssi. Geh erstmal ein bisschen mit der Schrote hier noch durch.